Hallo, so wir haben im off, warte mal die Zeit muss ich mir nochmal aufschreiben Hat Fabi das Rätsel gelöst, unfassbar und zwar geht's folgendermaßen, wir haben jetzt hier alles orange gemacht Und ja ich gebe jetzt einfach Vollgas Easy peasy Ja irgendwie schon jetzt Ja die scheiße Raffen ne, da könnte ich schon wieder ausflippen So, ne der muss, wo muss denn der hin jetzt? Der Laserstrahl Da nach, da unten muss er hin So dann kann ich ja jetzt hier eigentlich wieder rauskommen Kannst auch was erstmal begehen Ja genau, kannst einfach fortale sitzen Ja jetzt haben wir das Problem Die kriegen jetzt zwei Experten hier raus Oder wie kriegen wir die Rampe? Die Rampe Was für ne Rampe Dass wir da hochkommen Ja 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 setz doch mal dein blau, dunkelblaues Portal ein bisschen mehr zur Seite, damit die zwei Spacken da erstmal umfallen Noch ein bisschen anders Ja jetzt So jetzt wieder so So, wenn wir jetzt hier hinlaufen Was soll denn der Scheiß jetzt? Wollen wir den vergessen? Ach, warte mal Achso, na fantastisch, genau Diese Demontageeinheiten sehen noch schlimmer aus als die anderen Falls wir uns nie wiedersehen, danke für rein gar nichts Jetzt bin ich dran Alter, was ne Arbeit ey Meine Fressung Ich sitze ja auch als noch so schepp Weil das Kabel vom Headsetladen nicht lang genug ist Ist auch dezent nervig Sie setzt uns ganz schön Letztes Es hat drei Tage gedauert, euch wieder zusammenzusetzen Ich kann das nicht noch einmal machen Ich wollte euch ursprünglich mit weiteren Tests abhärten Aber wir müssen uns auf ein beschleunigtes Verfahren einlassen Hiermit erkläre ich euch zu Tötungsmaschinen Herzlichen Glückwunsch Danke Mehr ist einfach nicht drin Der Raum mit dem Prototypgehäuse liegt gleich hinter dieser Kammer Guck mal, kannst du irgendwie diesen Käfig öffnen oder so? Nö, ich kann ja alles blau machen Sonst irgendwelche Schalter? Nö Gut, ich guck mir auch erstmal alles an Ja, warte mal Was ist das für ein Geräusch? Bleib doch ruhig mal da drüben, oder? Ja, mir geht das Das geht gar nicht, glaube ich, so wie ich es jetzt gedacht habe Mal wenn ich jetzt Nee, das war doof Das da hinmach Ja, wenn ich jetzt aber runtergehe, hört's auf So, ich hab ne Idee Hast ne Idee Mhm Saran Moment So, stimmt, jetzt kannst du es natürlich mitnehmen Sollte reichen So, was kannst du da jetzt machen? Eigentlich nicht viel Da ist ein Loch in der Hand Aber nein, da haben wir schon mal das, ne? Immerhin Was ist hier? Da kannst du das Ding umdrehen Hä, was soll denn dieses Loch da bringen? Da ist doch nix Kann so nix machen Huch Hä, was ist das? Hä? Ich kann da ein Portal dran setzen, aber es ist ein Gitter davor Ab zur Hölle Wo kann ich denn jetzt hingucken? Achso, jetzt gucke ich von oben Warte, mach's mal Warte, mach's mal Wird's nix? Ja, aber da brauche ich doch dieses Loch nicht für Das ist ja voll schwachsinn Ich kann ja auch einfach von mir machen So So, jetzt habe ich ein Portal Das mir nix bringt Toll Fantastisch Okay Ich bin auch Very impressed Ah, nein Ja, aber da kriege ich das blaue Zeug Standard hin Wir müssen Hier irgendwie Das schaffen Einen Fall hinzukriegen Dass dann der andere hier durchschießt Vielleicht Weißt du, wenn du hier raus schießt Oben gegen das Gitter Vielleicht geht's dann kaputt Keine Ahnung Weißt du, dass wenn der andere Dann hier so Puh Einen Abgang macht Hm Ich raff nur noch nicht wie Und? Ne, das geht doch gar nicht Kann man auch gar nicht machen Zack Zack So Hier muss blaues Zeug hin Aber frau mich nicht wie Tipp ich jetzt mal Ne, das reicht nicht Da bist du nicht hoch Kommst du gar nicht hoch genug What the fuck Das ist Also Gut En romance Das ist Musik Das ist Musik 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 Von Musik 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 rein oh man ey ich krieg schon wieder einen Anfall ich versteh hier schon wieder nix das Spiel, ne die Pest oh ja die da wäre oh komm mal her rein wo da zu dir ne ne mach mir mal ein Portal dass ich rüber komme wo was dass du wohin dass ich zu dir komme oder wobei noch mit Portal dass ich da hinten hin komme ok 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 jetzt hört aber ja der Schmodder auf ähm ja dann geh mal den Schmodder rein und drück mal auf den Knopf ich muss kurz überlegen dass die blaue muss weg ja jetzt achso ne jetzt kannst achso lass ein bisschen spritzen so ich glaub das reicht sogar braucht man mehr nicht jetzt kann man aus ähm ähm so jetzt setze ich mich hier rein äh ich mach mal ein Portal hier hin ah ne kannst vergessen ja geh mal geh mal da rein jetzt ist aber das Portal weg ach stimmt nein ich muss hier das hin machen so jetzt müsste ich glaube ich boing äh jetzt tut sich nix warte mal vielleicht mach nochmal vielleicht muss ich höher erstmal hüpfen oh jetzt ist er auf der äh 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 ah alter willst du mich verarschen äh da tut sich nix ach warte 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 ich hab ne Idee bleib da vorbei äh ich kapier es nicht das gibt es noch nicht äh wo zur Hölle ey ich hab keine Ahnung wie man überhaupt dann das Ding rankommt wie man überhaupt dann das Ding rankommt so ich würde sagen wir machen wieder ein Folgenpäuschen überlegen im Off weiter und dann melden wir uns zurück oder? ja 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 gut dann bis gleich euch bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal